Europa für alle! Ein Europa für alle! Europa garantiert den Frieden! Unser Europa garantiert den Frieden! Ehrlich zu machen, die EU ist kein Friedensprojekt. Die EU ist für die täglichen Toten an den europäischen Außengrenzen verantwortlich. Die EU ist kein Zeichen für ein solidarisches Europa. Sie steht für Abschottung, Ausbeutung und Kriege. Da, wo die einen fette Gewinne einfahren, sind die Verlierer nicht weit. Das ist die Logik des Kapitalismus. Auf die Straße gegen Nationalismus zu gehen, ist richtig und wichtig. Jedoch können wir uns dabei nicht auf eine Institution berufen, die für Kriege weltweit... Abschottung, Ausbeutung und Popnexporte verantwortlich sind. Wir müssen dem Neuwer etwas entgegensetzen und in antimilitaristischen, antifaschistischen Treffen organisieren. Wir müssen gegen eine Welt ohne Existenz organisieren. Break, fall, break! Break, fall, my wall! Make the fortress, you roll, wall! Break, fall, break! Break, fall, my wall! Make the fortress, you roll, roll! Recht, Klima, der Bank und der Erde! Recht, Klima, der Bank und der Erde! Hoch mit dem Klimaschutz, runter mit der Kohle! Hoch mit dem Klimaschutz, runter mit der Kohle! Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ihr seid die Geilsten, dass ihr heute hier seid und auf die Straße geht für eine gute Sache, Leute. Ein Europa für alle, eine Welt für alle. Vielen Dank. Das war's von Chris Cosmo. Bleibt hier, habt eine gute Zeit. Bis bald. Ciao.